Jetzt gehen wir jetzt mal in die Quests, aber dann gehen wir zurück nach Nouveau Havre. Cool, ich habe wieder eine Waffe in dem wiesen Müll gefunden, der ist echt gut. Immer wieder dieser Friedhof, äh, Scrapyard. Nein, dieser Müllhaufen, da hast du letztes Mal auch den tollen Klassmod gefunden für mich. War das echt hier? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, das war da vorne dieser Müllhaufen, den ich gerade aufgewühlt habe. Alter, schau mal wer jetzt hier ist. Was willst du? Das gab ein Scharfschützengewehr, meins ist aber scheiße. Was willst du? Falscher Knopf. Levi, ah ne warte, wie heißt denn das? Ähm, bei mir hat das nicht mal nen speziellen Namen, es heißt einfach GGN20V3 Solid Sniper. 180 Schaden, also. Ich hab ne GGNV3 Sighted Sniper? Nein, es ist die, weil... Ich hab quasi dieselbe, fast. Vom Namen. Long Sniper hätte ich auch nochmal ein Angebot. Die sind alle nicht so... Neu. Ja. Long Sniper? Long Sniper? Hm. Äh, willst du einen Sniperreffen mit 330 Schaden? Äh. Ist zwar ein weißes, aber... Wie viel Genauigkeit? Moment. 92,6 und 1,2 Feuerrate. Okay, ne. Dann behalte ich meins. Ist mir zu wenig Genauigkeit. Äh, ich würde jetzt porten, bist du soweit? Jo. Rest Cummins East. Report-Effekt jedes Mal. Das gab einen dermaßen brutalen Revolver bei mir. Heißt der Double Repeater? Ne, Pattern. Heißt der bei mir. Und das andere gab ein verdammt gutes Sniper Rifle. Ach, jetzt hab ich den Pattern. Mein Gott, mein Feind mit leider weisen. Ich tue es nicht. Mal ausrüsten. Incendary, oder? LB-7 Nailer heißt das andere. Ah. Sie ist... Der... Was ist denn... Was ist denn der Effekt? Schießt das Ding... Ob das jetzt ausgerüstet wird? Ne. Keine Ahnung, was das macht. Müssen wir dem Gegner mal gucken. Ja. Jetzt hab ich leider ausversichtlich meine Waffe abgelegt, die ich eigentlich anhatte. Hau! Tja, ich geh jetzt. Über die hätte ich dann eine andere. Ja. Und das... Probier ich aus! Muss ich nur aufpassen, dass ich meine Sniper jetzt nicht verkaufe, meine alte. Unterhaltungsschläge! Sie sind schwer präzise und unervidiert. Vorausgesetzt, sie sind stark genug sie verhalten! und es gab ein level ab wie ich gerade sehe doch du bist auch 33 und anscheinend haben wir quasi überhaupt kein versatz mehr von der stufe das ist sehr schön weil ich bin ganz knapp 33 nicht nur du also ich hab bin auch mein arsch hat 33 so ungefähr so dann jetzt nach new haven bist du soweit gleich muss ja schon skillpump vergeben ich fahre jetzt mal an dem hier rein zu skillen dieser schrei bei mir in dem port alter ich bin sehr konstant das ist der port schrei so irgendwann kotze ich auf dem bildschirm diesen blöden effekt weißt du was lustig ist ich glaube das geht mal bei tennis aber nicht hier ja ich bin schwach wie heißen das ich glaube das war wo ist es wo ist es wo ist es ich suche es ich finde es nicht ich glaube in dem gebiet war sie wenn nicht dann bin ich jetzt dumm dann fahren wir jetzt dahin ich bin ja es ist das richtige gebiet ich finde ich aber toll dass du das fahrzeug klar machst dann muss es ich nicht machen rum rum tef tef ne 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 da oben ist ne waffenkiste drehen wir nochmal um waffen da oben siehst du die weiße kiste äh ne gerade nicht da vorne ist ja diese treppe ahja jetzt sehe ich es da oben steig aus bro zu blöd warte mal da vorne liegt was warte mal da vorne liegt was was ist das schock artefakt für die sirene brauben unbedingt ja ok ist nur crap drin rechte pistolen nein oh mein gott was kann doch fahren kann doch fahren irgendwie brennt unser auto möchtest du mir irgendwas sagen nein hat noch genug leben bis das nächste fass kommt hm was denkste denn warum es so wenig leben hat ah oh nein das war keine gute idee nein warte na da war ein fässer schaffst du es oder äh ja wenn ich die gegner da totkrieg warte nach 10 milliarden jahren nachladen hier oben war ich auch eine waffenkiste hier waren wir glaube ich nicht in einem video ne wo wurde ich denn jetzt gerade beschossen ja hier oben ist einer mach auf guck was drin ist zwei snip ne zwei ja 47 schaden und das ding macht 37 beide nicht gut ok nimm einfach mit ja jetzt kann man auch laufen bei tennis muss man sowieso laufen von daher ja ne auf die füge habe ich jetzt keinen Bock so irgendwie ist das im einser auch so eine sache mit dem geld man hat glaube ich gar nicht so viel also ich habe jetzt zwar im moment schon einigermaßen viel aber ich habe ne knappe Million oder ist gar schon eine Million ist saupräzise das gewehr was wir da vor der quest bekommen haben ja habe ich auch noch das gefühl gehört aber im nahkampf war es dann doch eher 1,1 millionen oder 1,1 millionen nein der fette erhält ein objekt da mercenary dhl 200 bs standard neutralizing neutralizing schild hey patrick ja oh geil warte lass mich das auch mal probieren du 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 hat schaden gemacht du willst sterben gibst du nein du willst dich in säure duschen du musst doch jetzt stehen bleiben los mach mal ne dusche an okay jaaaa okay alter wie der reinhaut der revolver der neue alter ich mache ohne kritz 100 schaden der ist richtig gut also das hat man elephant rifle ersetzt das ist gut also wenn die revolver prinzipiell gefallen dann könnte die aus pre seql auch was für dich sein nein ich will club chip spielen weil ich will freuen so richtig also dasselbe wie hier nur hast du da einen char mit grund wenn mal was nicht läuft richtig okay dass mein plan durchschaut bist halt wie ein milchglas auf einem zweiten teil ist halt wunderbar mit dem mit dem micromancer einfach nur brain spray dauert das aber nicht bis du den skillpunkt bekommst mit dem das geht ein bisschen aber was ja dann die das ja auch diesen roboter dann der mitkämpft und dich halt und munition gibt der roboter ist so übel also der ist so op man finde ich so nicht ohne meinen klub trap in old haven er endlich da war aber schon lange nicht mehr ich bin runtergefallen macht nix schlechte schrotflinten liegt davon eine dings waffe eine iridian sah gerade so aus ne ist nur geld das geld hat sich mit dem weiß vermischt was hier lag schnibber und schnibber na gut dann ab nach old haven aber schon lange nicht mehr das gebiet wo wir einfach so dermaßen genommen wurden in diverse körper öffnungen die normalerweise nur ausschreiten die für die receiver i make you a believer was kongleid strike nummer drei was ist das problem alter versteht nicht was du meinst ein schönes das lieb das das lieb ist was er zu empfehlen wo man sich den beat so vor im kopf vorstellen muss damit man leute richtig wiederbelebt also mit dem rhythmus soll man halt so herzdruckmassage machen ich glaube mit dem rhythmus muss man jemand ins gesicht schlagen ich überlege gerade das war kein scherz oder dass das das ist echt so ja also wirklich ah ah alter kommt schon wer kam auf die idee wer hat sich das mal währenddessen gedacht keine ahnung irgendein sanitäter der das die ganze zeit gemacht wenn er leute wiederbelebt hat das war der funnyser sanitäter ok ich würde sagen wir sind hier nicht länger als nur irgendwie nötig einfach glaube ich die müssen glaube ich da hinten holen glaube ich ja ja war die quest von vorhin ob der den körper immer gesehen haben genau deswegen würde ich sagen nee ich sage jetzt nicht nein hast du das gerade wirklich getan erinnerst du dich nicht an das letzte mal als wir genau hier aber dasselbe gesagt haben das macht keinen sinn so Seht auch, dass rechts hinter uns auch nur einer steht und den Hobopt gebaut hat. Darf mich, erwähnt's mal. Er wollte sich einnisten. Darf mich, ich sag jetzt mal was. So, jetzt mal Revolver. Scheiße, ich hab gerade einen gekillt und bin währenddessen gestorben. Wenn ich nicht dabei sterbe, hab ich dich. Ich fühl mich irgendwie nicht mehr so gut. Ich könnte dich jetzt heilen, aber dann siehst du wieder nichts mehr. Warte. Ja, tu es. Danke. Geile Granaten, Mann. Knallharte Infanterie. Gott sei Dank haben sie diesen Zweier Badass genannt. Manche Sachen muss man dann doch nicht verdeutschen. Findest du schon mal ab was du da sagst? Bist du ein richtig krallhafter Typ? Pull the lever ground. Oh nein, ich werde sterben. Ähm, wieso steht der bei mir immer noch in der Luft oben? Bei mir nicht. Bei mir haben wir auch noch kurz gestanden. Du bist nicht tot? Okay, und jetzt? Das letzte Fragment. Banditenpatronien ausgeschaltet, Tor infiltriert, Baron verliehen. Warte mal, Flint gab es nicht um zwei Einnahmen? Ja. Bis zum nächsten Mal. Wenn die Lands anfangen, sich für uns zu interessieren, wird die Sache erheblich gefährlicher. Für dich, nicht für mich. Ich bin hier in Sicherheit und schlurfe Kamillentee. Die kennen die Legende von der Kammer und werden dich kaum so einfach da rein spazieren lassen. Ich habe übrigens auch nur Butterkekse. Hm, Butterkekse. Habe ich am liebsten. Letztes Bruchstück. Ist das jetzt die letzte Quest oder was? Also die vorletzte quasi zum Boss? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wo müssen wir denn hin? Das steht jetzt natürlich wieder nicht da. Da. Dann gehen wir den manuellen Weg. Und ich setze mich kurz anders hin. Klingt erfreulich. Oh, das war wunderbar, sich anders hinzusetzen. Das hat mein Herz mit irgendwas erfüllt, was ich noch nicht beurteilen kann. Flint. Flint. Komm, wir sind uns einfach gerade vor. Du bebst die Erde ein bisschen. Flint hat früher für mich gearbeitet. Aber ich habe ihn wegen Unfähigkeit gefeuert. Er hat mir dann noch ein Fragment gestohlen und meinen Rund getreten. Das vierte und letzte Teilstück des Schlusses. Ist das dein scheiß Ernst, Claptrap? Hast du es gerade gehört, was er gesagt hat? Nein, bei mir noch. Ein schwarzem Brett in Middle of Nowhere sind neue Quests. Geil. Das Spiel will nicht, dass wir es zu Ende spielen. Ich hoffe natürlich die Zuschauer auch. Betreten wir das Leben. Was? Ich soll mir das Leben nehmen? Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Du bist nicht nett zu mir. Ähm, zu meiner Verteidigung kann ich überhaupt nicht sagen, dass ich nett bin. Steige ein. Flo, wir sind keine Freunde. Rechtsklick, Freund entfernen. Nein, du müsst mich erst mal hinzufügen, damit du mich erst von entfernen kannst. Das wäre gemein. Das ist unser Ende. Erste Mitarbeiter. Ach, Mann. Das ist das dein scheiß Perfektor. Alter, wie lange sind wir in diesem Gebietstag? Rechts von dir, es hat keine Minute gedauert. Rechts von dir ist einer. Fill ihn. Es hat keine Minute gedauert, bis wir einfach alles komplett eskaliert haben. Alles hat damit angefangen, dass du das Auto gefahren hast. Alter. Das war einfach so gut wieder. Also ich finde es hier echt schön. Boom. Ach, ne. Er kischt. Er rot Milieu kischt. Krepp und Krepp. Ich hab's nicht gesehen, mach's nochmal. Okay, warte. Okay. Lauf ich jetzt halt. Dann kann ich mir jetzt nichts kaputt machen. Außer mich wie Luke zu versuchen, in ein riesiges Monster reinzutun. Dingsen. Genau. Ja, müssen wir überhaupt. Alter, wie weit. Nach vorne hin, um ein Auto zu holen. Da müssen wir hin. Ja. Oder ist das zum Schnellreisen? Das zum Schnellreisen. Wollen wir dann kurz in middle of nowhere gucken? Weil vielleicht sind Quests für hier da. Oh Mann, oh Mann. Ich frage mich, was wo Lucky ist. Wir sind ja auch noch Quests. Ja, keine Ahnung. Sagt mir überhaupt nichts. Wow. Ich glaube, wenn du Stoned bist in dieses Video angucken, siehst du bei dieser Teleport-Animation. Wibest du. Geil, ein MG. Das hier? Ne, das ist in Salt Flats. Gut, dass wir hierher gekommen sind. Das ist bugger666. Nein, tu es ey. Bugger, 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 tu es ey. Bugger, 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 tu es ey. Bugger, 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 tu es ey. Du bist gekommen, sehr gut. Darauf habe ich mich schon gefreut. Meine Männer sind ungeduldig, aber ich werde das hier auskosten, bis dein Blut den Sand durchträgt und dein Kadavern aus dem Rackfutter ist. Also, komm her. Hier gibt es so eine goldene Waffe. Big Tony sagt Hi. Aber das ist wahrscheinlich wegen Nahkampfschadenerhöhung für Dingsgun Circle. Ich hab die Karre. Okay, es geht nicht. Oh, ne, diesmal neuer, Alter. 144.000. Das macht doch, glaube ich, keinen Sinn. Ich glaube, die ist nur für Nahkampfschadenerhöhung da. Da, wo er Sniper immer sein sollte, war es? Na, du, so wie du Mordecai spielst, auf jeden Fall. Im Zweier kannst du den Sniper ja als Nahkampfschadenerhöhung spielen. Ich weiß. Ähm. Warte mal, kann ich die anklicken, die Sterne? Ne. Sonst hätte ich mal geguckt, ob einer dieser Sterne hier noch Lucky führt, wo auch immer das sein mag. Kannst du ja noch mal kurz googeln. Komm wieder rein? Ne. Ne, ist zu. Ich glaube, wir sollen da noch nicht rein, vielleicht. Ich markiere mal die andere Quests, weswegen wir hier sind. Das war schon mal einer von denen, die wir töten müssen. Dann fahr ich jetzt einfach mal hier außen rum. Ja, ich glaube, dann kommen wir, glaube ich, auch rein. Aber ich glaube, der, der, der passt... Der macht dann auf, meinst? Ja. Okay. Hier ist nämlich ein Tor zum Beispiel. Achso, ich dachte, wir müssen Tor in der Flügel, also den aus der Mythologie, so. Das ist einfach schlecht. Na ja, ganz ehrlich, man schreibt Tor, also das Tor, durch das man durchgeht, nicht mit H. Ja, ich weiß. Aber das ist auch ein Gegner, außerdem fassen wir das fest in die falsche Richtung. Okay, ich fahr zurück. Just for you. Da ist ja auf der Karte sogar was markiert. Da sind sie. Das ist gezeichnet. Da ist auch ein roter Punkt. Ich fahr mal dahin. Ja, da, vor uns, vor uns. Vielleicht musst du das gerade klippen. Das, was gerade passiert ist. Ja. Okay. Da drüben ist ein roter Punkt. Ja, ich sehe ihn auch schon, der ist da vorne über dem Hügel. Okay. Da drin ist dann auch die Machine Gun. Oder war es ein Machine Gun? Ich bin einfach zu dem von zehn unpräzise. Ja, mit dem Raketenwerfer hier zu treffen ist auch ein Schraub. Boah, war das knapp. Ist das dein Ernst? Ich komme sofort unter diesem Hügel wieder her. Stanley. Ich treffe nicht. Ist das denn die Wirklichkeit? Ich habe jetzt den Sniper ausgerüstet. Ja, das wird durch den Sniper aus waren. m'lady Ich glaube ich sehe das erste Teil Ja, das ist gut. Ich hab noch keins Nein, ich bin rausgefallen. Ja, ich bin rausgefallen. Aus was frage ich mich gerade? Aus der Mauer Es ist gut, dass ich aus der Empfangung mit dem Revolver nicht treffe. Finde ich grandios Oder schaffst du es? Ich hab jetzt gedacht, der läuft grad von mir weg Geil der Granatenbaut, die hab ich schon lange nicht gemacht Die hast du auch nix Ich hab noch kein Ding gefunden von der Machine Gun Ja Ich guck grad hier noch Ich hab nur ne Maschinen dann selber gefunden Ich glaub ich hab sogar wieder nen Teil Sondern rauszufinden wie ich da hinkomme Mit Rechtsklick Äh ne Aber ich glaub ich hab jetzt wenn ich hier einfach hoch springe und einsammele Ja Ja Ich glaub die ist mir ja bloß in diesem oberen Teil Ich wollt's grad sagen, vielleicht bin ich auch einfach komplett falsch Alter Ist das Scharfschützengewehr halt ja übertrieben wenig Das ist die Redenklassenmaut, alles klar Ja blöd ist blöd Erstmal keine haben Ah ich seh das nächste Teil Ach wieso suche ich überhaupt Ich überlasse es jetzt einfach dir Wir faire Hilfe Kit Du wirst es nicht beruhigen Streich die an der Halt Ziel getroffen Das letzte Teil. Ah, ich hab das letzte Teil. Ich fass das. Ich muss nur noch hinkommen. Ich seh's. Nein. Ich hasse mein Leben. Ich hab nicht einen anderen Ansatz. Ich hab's. Ich jetzt auch. Wir haben's beide versucht. Aber ich hab's geschafft. Ich hätt's jetzt auch geschafft. Nein. Wieso bist du so? Lass mich. Lass mich. And I'll be here. Möss.